Thomas und die Mysterien der Nachtschicht Ein ungeplantes Abenteuer im Barviertel Nach einer besonders anstrengenden Woche beschlossen Thomas und einige seiner Kollegen, sich am Freitagabend in einer Bar zu treffen. Die Einladung kam von Robert, einem langjährigen Freund und Kollegen, der meinte, es sei an der Zeit, den Stress der vergangenen Tage abzuschütteln. Sie trafen sich in einer gemütlichen Bar, die für ihre ausgefallenen Cocktails und die entspannte Atmosphäre bekannt war. Thomas, der sonst eher der zurückhaltende Typ war, ließ sich von der Stimmung anstecken und bestellte einen Mojito Mystique, einen Cocktail mit einer geheimnisvollen Zutat, die keiner der Anwesenden zu erraten vermochte. Robert entschied sich für einen klassischen Whisky, während Lena, die mittlerweile nicht nur eine Kollegin, sondern auch eine gute Freundin geworden war, sich für einen fruchtigen Sex on the Beach entschied. Die Gespräche waren zunächst oberflächlich. Sie sprachen über Arbeit, das Wetter und all die Dinge, die Menschen ebenso besprechen, wenn sie sich in einer geselligen Runde befinden. Doch nach dem zweiten oder dritten Cocktail wurden die Gespräche tiefer, persönlicher. Also, Thomas, was denkst du eigentlich über die neue Verwaltung? fragte Robert, nachdem er einen kräftigen Schluck genommen hatte. Ich meine, die letzten Änderungen im Krankenhaus scheinen ja nicht gerade gut anzukommen. Du hast doch bestimmt eine Meinung dazu. Thomas zögerte einen Moment. Er hatte tatsächlich eine Meinung dazu, aber er war nicht sicher, wie offen er darüber sprechen sollte. Schließlich antwortete er, ich denke, Veränderungen können gut sein, aber sie müssen sinnvoll und durchdacht sein. Die neuen Regelungen wirken eher wie Schnellschüsse. Ich hoffe nur, dass die Qualität der Patientenversorgung darunter nicht leidet. Lena stimmte ihm zu und fügte hinzu, dass sie die Atmosphäre in der Klinik seit den Veränderungen als deutlich angespannter empfand. Man spürt es einfach, jeder scheint nervöser zu sein. Es fühlt sich an, als wären wir alle auf dem Prüfstand. Sie merkten gar nicht, wie die Zeit verstrich, bis Robert plötzlich auf die Uhr schaute und ausrief, Oh, schaut mal, es ist schon Mitternacht. Ich habe morgen früh eine Schicht und sollte langsam nach Hause. Thomas sah zu Lena, die auch an ihrem Glas nippte. Ich habe auch morgen Dienst, aber nicht so früh. Ich könnte noch ein bisschen bleiben, wenn du möchtest. Lena lächelte. Warum nicht? Ich genieße die Gesellschaft und es ist selten, dass wir uns so locker unterhalten können. Aber bevor wir weitermachen, lasst uns anstoßen. Auf das Leben, die Freundschaft und all die kleinen Momente, die uns glücklich machen. Die Gläser klangen zusammen und alle spürten, dass dieser Abend ein ganz besonderer war, voller Offenheit und Vertrauen. Sie ahnten jedoch noch nicht, dass dieser Abend noch eine ganz andere Wendung nehmen würde, eine, die sie nie erwartet hätten. Nachdem Robert die Runde verlassen hatte, wurde die Atmosphäre zwischen Thomas und Lena noch entspannter. Sie bestellten einen weiteren Cocktail und ließen die angenehme Musik der Bar auf sich wirken. Doch gerade als sie sich in diese besondere Nachtstimmung vertieften, wurde ihre Ruhe je gestört. Ein ohrenbetäubender Lärm kam von draußen und bevor sie es realisieren konnten, standen zwei Sanitäter mit einer Trage in der Bar. Einer der Gäste hatte offenbar einen Zusammenbruch erlitten. Im Handumdrehen wechselten Thomas und Lena vom Feierabend in den Arbeitsmodus. Sie boten ihre Hilfe an und stellten schnell fest, dass der Mann offensichtlich zu viel getrunken hatte und nun unter Atemproblemen litt. Während Thomas mit routinierten Handgriffen den Zustand des Mannes stabilisierte, rief Lena den Notarzt an. Keine Sorge, Hilfe ist unterwegs. Sie werden gleich hier sein, beruhigte sie die besorgten Barbesucher, die das Geschehen mit wachsender Unruhe verfolgten. Bald traf der Notarzt ein und der Mann wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Lena und Thomas wurden als Helden des Abends gefeiert, doch beide wussten, dass sie nur ihren Job gemacht hatten, auch wenn es nicht die Situation war, in der sie das normalerweise tun würden. Das war ja ein ziemlicher Adrenalinschub, bemerkte Lena, als sie sich wieder an der Bar niederließen. Ich hätte nicht gedacht, dass unser gemütlicher Abend so enden würde. Thomas schaute sie an und lächelte. In unserem Beruf muss man immer auf alles vorbereitet sein, nicht wahr? Aber ehrlich gesagt, es fühlt sich gut an, auch außerhalb der Klinik nützlich zu sein. Lena nickte. Absolut. Aber jetzt sollten wir wirklich langsam gehen. Der nächste Arbeitstag kommt bestimmt und wer weiß, was der für uns bereithält. Beide bezahlten ihre Rechnung und verließen die Bar, die nun wieder in ihre ursprüngliche Ruhe zurückgekehrt war. Auf dem Heimweg sprachen sie kaum, doch das war nicht nötig. Die Ereignisse des Abends hatten eine besondere Verbindung zwischen ihnen geschaffen, eine, die Worte überflüssig machte. Als Thomas in sein Bett fiel, konnte er nicht sofort einschlafen. Die Bilder des Abends wirbelten in seinem Kopf herum und er dachte überall die Höhen und Tiefen seines Berufs nach. Er wusste, dass der nächste Tag wieder neue Herausforderungen bringen würde, aber irgendwie fühlte er sich darauf besser vorbereitet als je zuvor. Und während er in den Schlaf driftete, fühlte er sich dankbar dankbar für die Freundschaften, die seinen oft schwierigen Alltag erträglicher machten und für die unerwarteten Momente, die das Leben so einzigartig machten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017